so und wir sind jetzt am nachmittag angekommen und man staune super der andrang ist riesengroß diese menschenmasse wird mit dem taxi jetzt auf den berg hinaufgeführt super angefangen skifahrer rodelfahrer nur spaziergeher können alle mit diesem super taxi gerät auf das schönleiten haus hinauf gebracht werden super liebe grüße von der aflenzer bürgeralb